Hallihallo, hallöle meine Freunde, ich werde den Helden heute bestehlen. Okay, Spaß beiseite. Aber ja, ich räume ihm das Inventar leer, aber ich gebe ihm auch alles wieder zurück. Wie kann man das Ganze sinnvoll nutzen? Man könnte zum Beispiel einen Dieb darstellen, der den Helden bestehlt. Man könnte aber auch andere Szenarien darstellen, beispielsweise Gefangenschaft oder Schiffbruch etc. Da fällt euch sicherlich sehr viel ein, wo der Held alle Items verliert und wenn ihr das so wollt, auch später wieder zurückbekommen kann. So, gut. Ihr seid für die Kreativität zuständig, euch fällt da viel ein. Ich bin für die Technik zuständig. Also starten wir da rein. Dieses Video wird ein bisschen anders als die üblichen Videos von mir. Es wird sehr viel JavaScript geben, also verhältnismäßig. Und da habe ich eine Textdatei vorbereitet. Die ladet ihr einfach runter. Link in der Videobeschreibung. Ladet die einfach runter. Oder screenshotet euch das Ganze ab. Ist auch vollkommen in Ordnung im Video. Auf jeden Fall werde ich alles immer hier rauskopieren, damit es ein bisschen schneller geht und ihr mich nicht die ganze Zeit beim Tippen beobachten müsst. So, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefällt oder nicht. Auf jeden Fall geht es so viel schneller, das Video. Gut. Also, wir gehen rein. Wir erstellen erstmal ein paar Items für den Spieler. Und wir geben dem Spieler ein paar Gegenstände. Gegenstände ändern. Tränke. Wir geben ihm einfach, bumm, 14 Stück. 14 Tränke. Wählen eine Grafik aus für den Dude, der mir die Tränke gibt. Der gibt mir jetzt die Tränke. Jetzt brauchen wir noch einen Dude, der mir die Tränke wieder stiehlt. Mache ich hier einen Dude hin. Mein Dieb. Der sieht sehr diebisch aus. Der hier. Ja, der sieht schon ein bisschen diebisch aus. Ist das ein Vorurteil? Ich denke schon. Aber er sieht schon ein bisschen diebisch aus. Oder was sagt ihr? So, Skript. Und jetzt kommen wir zum Copy-Paste-Teil. Öffnet die Textdatei. Wie gesagt, oder tippt es euch ab. Ihr könnt auch mal kurz auf Pause drücken im Video. Auf jeden Fall alle Gegenstände entfernen. Das kopieren wir uns hier raus aus der Textdatei. Kopieren. Fügen wir hier ein. So, haben wir. Jetzt werden alle Gegenstände, die ich im Inventar habe, entfernt. Und ich habe die Tränke. Und ich habe keine Tränke mehr. Für viele von euch wird das vielleicht für das ein oder andere Szenario bereits reichen. Aber ich möchte dem Spieler noch die Ausrüstung vom Leib stehlen. Das ist ein sehr guter Dieb. Der klaut mir sogar die Lederweste. Und da brauchen wir dann nochmal einen anderen Skript. Wir können den Skript wieder bearbeiten mit Leertaste. Dann kommen wir wieder in das Fenster. Und dann können wir hier oben noch was drüber einfügen. Den Helden können wir nämlich dazu zwingen, bzw. die Heldengruppe, die Ausrüstung abzulegen. Da gehen wir in die Textdatei. Ausrüstung ablegen. Ganz oben. Kopieren. Und einfügen. Hier auch ganz oben. Wichtig. So, als erstes wird die Ausrüstung abgelegt. Und dann wird alles gestohlen. Gut. Machen wir. Wir haben nichts im Inventar. Und haben auch nichts ausgerüstet. Also das hat funktioniert. Wir haben nichts mehr ausgerüstet. Gut. Nun können wir dem Helden aber auch alles wiedergeben. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das Video an dieser Stelle natürlich ausmachen. Aber wenn ihr dem Helden auch alles wiedergeben wollt, dann schaut einfach weiter zu. Wir machen jetzt noch ein paar Veränderungen. Und zwar gehen wir wieder rein. Und wir löschen das einfach raus. Und erstellen einen neuen Skript. Und zwar habe ich da was vorbereitet. Natürlich. Unter der ersten gestrichelten Linie habe ich etwas vorbereitet. Und zwar das hier. Das kopiert ihr einfach eins zu eins so raus. Alles, was zwischen der ersten und der zweiten gestrichelten Linie ist, kopiert ihr einfach direkt raus. Und hier rein. Ich erkläre es kurz. Das ist wichtig. Hört zu. Ganz einfach. Wir speichern nämlich jetzt alles in eine Game-Variable rein. Das ist unglaublich wichtig, dass wir die Items, die wir dem Spieler stehlen, zwischenspeichern. Weil sonst können wir ihm die nicht zurückgeben. Und es ist wichtig, dass wir das in einer Game-Variable machen, weil die dann im Speicherstand gespeichert wird. Das heißt, wenn der Spieler abspeichert, beim nächsten Mal weiterspielt, dann ist alles safe. Okay. Ihr könnt die Variable Nummer selbst bestimmen. Ich habe jetzt hier die 1 gewählt. Und hier unten habe ich das gleiche auch nochmal. Game-Variable. Hier müsst ihr auch dann eure Variable Nummer eingeben. Also wenn ihr Variable 32 verwendet, müsst ihr hier oben auch Variable 32 reinschreiben. Ich bleibe jetzt bei der 1. Wichtig aber, dass ihr das ändert. Auf euch zugeschnitten. Ihr könnt der Variable auch einen Namen geben, damit ihr das später noch wisst. Und könnt ihr hier kurz reingehen bei Variable steuern. Ich habe es jetzt Inventarspeicher genannt. Okay. Könnt ihr dann, wenn ihr die Variable 13 nehmt, nehmt ihr die Variable 13, schreibt hier Inventarspeicher oder so rein. Ist ja vollkommen egal, wie ihr das Ganze nennt. Wichtig, dass ihr dann im Nachhinein wisst, okay, die Variable ist bereits belegt. Ähm, das ist immer gut, einen Namen zu geben. So. Gut. Haben wir den Typen jetzt ein bisschen angepasst. Und machen jetzt noch eine nette Judette, die mir alles wieder zurückgibt. Ähm, wählen wir ein Bild. Bumm, ist ja vollkommen egal. Die gibt mir jetzt alles wieder zurück. Und da brauchen wir auch wieder ein Skript. Da habe ich auch was vorbereitet. Und zwar alle Gegenstände wiedergeben. Das kopieren wir. Fügen das hier ein. Und hier ist wieder Game Variables Value und dann in Klammern eine Zahl. Die Zahl ändert ihr wieder. Wichtig. Auf eure Variable Nummer. Bei mir ist das die 1. Also einfach auf eure Variable Nummer ändern. Ganz wichtig, dass ihr das macht. Dann auf OK. Und dann bekomme ich meine Items auch schon wieder. So, ich hole mir ein paar Tränke ab. Lass mir aber alles klauen. Ich bin jetzt komplett nackisch. Hab nichts mehr. Ähm, und jetzt lasse ich mir alles wieder zurückgeben. Bumm. Und ich habe meine Tränke, ich habe meine Waffen, meine Rüstung. Und, ja gut, Schüsse, Gegenstände habe ich keine. Und ich kann mich auch wieder ausrüsten, wenn ich das möchte. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass man nicht wieder ausgerüstet ist. Aber da kann man ja dem Spieler auch einen kleinen Hinweis geben, ähm, dass man nicht vergessen soll, sich wieder neu auszurüsten. Gut. Das Ganze hat aber jetzt einen kleinen Bug. Und den müssen wir fixen. Das ist wichtig. Wenn ich sie anspreche, ohne dass mir vorher jemand was gestohlen hat, Bumm. Absturz. Das ist nicht gut. Und das müssen wir fixen. Das machen wir aber ganz einfach. Wir machen eine bedingte Verzweigung. Auf der Seite 1. Bedingte Verzweigung. Ähm, wir wählen die Variable aus. Deswegen habe ich auch einen Namen gegeben. Ähm, damit ich es auch wiederfinde. Und, wie gesagt, auch damit ich weiß, dass sie belegt ist. Mein Inventarspeicher. Dann ungleich. Wichtig. Ungleich. Und dann 0. Dann, ähm, kann ich hier noch eine else machen, ähm, wenn ich das möchte. So. Dann kopieren wir den Skript einfach hier oben rein. Und, ähm, bei else füge ich rein noch einen Text. Beispielsweise, ich habe nichts für dich. Okay? Ich habe nichts für dich. Oder was anderes Sinnvolles. Gut. Hier könnt ihr natürlich auch einen Text einfügen, wie hier hast du alle deine Gegenstände wieder. Blabliblub. Alles kein Thema. So. Wir müssen aber an dieser Stelle die Variable auch wieder auf 0 setzen. Das ist wichtig, damit wir die Gegenstände nicht doppelt, dreifach, vierfach abholen können. Weil sonst haben wir schnell aus 14 Tränken 28 Tränke gemacht. Ähm, oder aus einem Schwert zwei Schwerter. Und das wollen wir ja nicht. Also setzen wir die Variable einfach auf 0 zurück. Also die Variable auswählen. Inventarspeicher. Einstellen. Konstante 0. Bumm. Dann ist der Speicher wieder leer. Und zack. Bumm. Schon haben wir den Bug auch wieder ausgeglichen. Und ich kann sie ansprechen. Ich habe nichts für dich. Das Spiel stürzt nicht mehr ab. Gut. Ich denke, für viele ist an dieser Stelle schon Schluss. Aber. Nicht mit mir. Ich habe natürlich immer noch was für euch. Ich habe immer, immer, immer noch etwas für euch. Ich setze da immer noch einen drauf. Ihr kennt mich. In meinen Videos, ich setze immer noch einen drauf. Es gibt immer mehr. Und. Ja. Ich habe auch diesmal noch was Neues mitgebracht. Was vielleicht viele von euch noch nicht wussten. Und zwar können wir auch zufällige Gegenstände wiedergeben aus dem gestohlenen Schatz. Und das werden wir jetzt machen. Zufällige Gegenstände. Wir brauchen dazu erstmal eine bedingte Verzweigung. Und in der fragen wir ein Skript ab, ob sich überhaupt noch Items in dem Inventarspeicher befinden. So. Zufall einbauen. Dazu brauchen wir ein Skript. Und da kopiert ihr einfach das hier komplett. Das untere Stück. Das untere Stück kopiert ihr ja komplett hier rein. Ich verwende diesmal zwei Variablen. Okay. wieder eine Nummer aus. Wieder irgendeine Nummer hier eingeben. Ich bleibe bei der zwei. Ich gebe der Variablen Nummer zwei jetzt auch eine Beschreibung. Text Ausgabe nenne ich das Ganze. Wichtig, wie gesagt, immer einen Namen geben für das Ganze. Gut. Jetzt haben wir im Großen und Ganzen ein zufälliges Item aus dem Item Pool ausgewählt. Und geben das dem Spieler zurück. Aber der Spieler weiß jetzt nicht, welches er bekommen hat. Deswegen kriegt der jetzt eine Text Ausgabe. Und zwar folgendes. Da machen wir dann rein. Backslash, V, Ecke, Klammer auf, dann die Variablen Nummer, in meinem Fall zwei, dann Ecke, Klammer zu. Und dann einfach erhalten oder sowas. Du kannst hier zum Beispiel reinschreiben, du hast V2 erhalten. Ähm, okay, da steht jetzt Null, ist klar bei der, aber das muss auch so sein bei der Vorschau. Gut, dann gehen wir einfach mal kurz rein und gucken uns das Ganze an, ob wir jetzt ein zufälliges Item bekommen oder nicht. Wir, ähm, lassen erstmal alles stehlen. Das ist klar. Und, ähm, bekommen jetzt ein Zestus, ein Spitzhut, einen Seidenumhang, eine Baumwollrobe, eine harte Lederweste, ein Langschwert, zwei Holzstab. Ja, ist halt ein bisschen doof wegen im Deutsch, dann müsste zwei Holzstäbe heißen, aber, ähm, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das jetzt zu ändern. Aber, okay, lassen wir das. Du hast zwei Holzstab erhalten, du hast eine Lederweste erhalten, ich habe nichts für dich. Okay. Gut. Das Ganze könnt ihr natürlich auch nochmal zur Sicherheit, ähm, auch nochmal in eine Bedingung reinpacken, die überhaupt erstmal abfragt, ob der Inventarspeicher existiert oder nicht. Könnt ihr dann auch nochmal eine Bedingung reinpacken, also das Ganze einfach bumm hier rein, kopiert ihr das, so ist ein bisschen verschachtelt. Aber, nur zur Sicherheit, falls man sie ansprechen kann, bevor der Inventarspeicher gefüllt ist. Aber, ähm, das wisst ihr ja mittlerweile bereits aus dem zweiten Abschnitt des Videos. Gut. Das war's dann soweit. Jetzt können wir zufällige Items bekommen. Wir können auch ein paar Tränke wieder zurückbekommen. Und, ähm, wo sind meine Tränke? Ich will meine Tränke wieder haben. Meine Tränke, da sind sie. 14 Tränke erhalten. Ja, wie gesagt, das Deutsche ist da ein bisschen kaputt. Aber, hey, wir bekommen alles wieder. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr Tutorials haben wollt. Lasst einen Kommentar da. Und vor allem ein Abo. Gut. Ich sage an dieser Stelle Tschüsseli. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr das mit der Textdatei cool fandet. Oder ob ich in Zukunft alles abtippen soll. Aber dann hätte das Video wahrscheinlich 10 Minuten länger gedauert. Okay. Ciao.